Evangelische Momente in Hessen und Nassau. Was sind eigentlich evangelische Momente? Der Moment ist ja ein Zeitpunkt. Es geht um Zeitpunkte, Augenblicke in der Kirchengeschichte, die besonders sind, die eine Nähe zum Evangelium von Jesus Christus haben. Das Moment, sagen wir, wenn es um die Wirkung einer Kraft geht. Die Kraft ist das Evangelium. Und diese Kraft ist in manchen kirchengeschichtlichen Quellen spürbar, erfahrbar. Darum geht es, sie hineinzunehmen in solche evangelischen Momente, mit ihnen dieser Kraft nachzuspüren, die gewirkt hat, damit bestimmte Dinge passiert sind. Zum Beispiel, dass es diese Kanzel hier gibt, errichtet in der Zeit einer Pandemie. Was hat dazu geführt? Das war mal so ein evangelischer Moment, in den ich hineingeführt habe, mit Hilfe eines Historiologs. Und was ein Historiolog ist, das erkläre ich in einem anderen Video. Das war mal so ein Evangelium. Untertitelung des ZDF, 2020